Musik Nicht so gut. Nee, die Beine sind richtig zu. Also das ist der größte Unterschied von BMX Training zu Crossfit Training. Dass ich bei BMX halt quasi ein paar sportspezifische Übungen hatte, die ich perfektioniere. Generell als Leistungssportler. Und Crossfit kommt halt jeden Tag was anderes dran. Und ich wache jeden Morgen auf und irgendwas anderes. Meinem Körper tut richtig weh. Obwohl ich gestern Rest Day hatte. Bin ich echt fertig. Musik Ich glaube die meisten Leute schauen auch nicht abwertend oder finden das blöd. Sondern ich glaube die sehen das auch mit Humor. Und keine Ahnung sind viele Älteren. Ich glaube die sind happy zu sehen, dass einige Junge sie einfach bewegen und hier ihren Spaß haben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020